Gut, dann willkommen zur vierten Vorlesung Geschichte der Mathematik, antikes Griechenland Teil 2. Wir waren letztes Mal stecken geblieben mitten in der ionischen Periode, da fehlt uns noch so ein bisschen Pythagoras. Und dann geht es weiter in die athenische Periode zu Aristoteles und Plato. Und dann gibt es noch die alexandrinische Periode, unschwer zu erkennen, benannt nach Alexander dem Großen, der dann da ja so ziemlich die Weltherrschaft hatte zu dem Zeitpunkt. Mit Pythagoras verbinden Sie ja wahrscheinlich den Satz von Pythagoras. Bei dem Pythagoras ist wie so bei so einigen, wie ich auch letztes Mal erzählt habe, ja nicht so ganz klar, ob es den gab. Das kommt öfter mal vor, aber wenn, dann hat er zu den sehr präzisen Lebensdaten 580 bis 496 vor Christus gelebt. Was man da findet bei den Pythagoräern zumindest, also diese Schule, die es da gibt, das ist die Anfänge der Zahlentheorie, auch so ein bisschen Zahlenmystik. Das ist ja öfter, dass das dann so ein bisschen was Religiöses dann auch hat, das mathematische. Einfache Reihen, dann Harmonielehre. Er hatte einen Beweis für die Winkelsumme im Dreieck, er konnte regelmäßige Fünfecke konstruieren. In diese Pythagoräische Zeit fällt die Beschäftigung mit Kommensurabilität und Inkommensurabilität. Das ist die Frage, ob zwei Strecken ein gemeinsames Maß haben, also ob man eine kleinere Strecke findet, die man ganzzahlig vervielfachen kann und damit beide Strecken ausmessen kann. Was eng damit zusammenhängt oder sogar gleichwertig zu der Frage ist, ob Zahlen rational oder irrational sind. Das hat sich auch ein bisschen was zur regulären Prairie dann überlegt, beziehungsweise die Leute, die da in seiner Schule waren. Nachher gibt es auch noch Spätpythagoräer und so, das heißt, sie schließen sich dann immer der Lehre an. Vielleicht fangen wir mal mit Anfänge der Zahlentheorie an. So dieses, was da in dem siebten Buch der Elemente ist, das umfasst so im Wesentlichen die Pythagoräische Zahlentheorie. Hier steht, eine Einheit ist etwas, das zu einer solchen bestimmt wird. Weiß man jetzt sehr viel mehr als vorher. Aber das sagen wir Ihnen auch immer, das sage Herr Karnons und ich Ihnen auch immer in der Schulmathematik linearer Algebra. Man muss halt mal sagen, was die Einheit ist. Sonst kommt man nicht weiter. Sonst wäre das mit dem Koordinatensystem schwierig. Irgendwer muss mal sagen, was die Eins ist. Eine Zahl bezeichnet dann die Anzahl der Einheiten, aus denen etwas besteht. Das klingt eigentlich ganz vernünftig. Wirft allerdings die Frage auf, ob die Eins eine Zahl ist oder keine Zahl oder vielleicht nur die Einheit, in der gezählt wird. Brüche sind eigentlich keine Zahlen, weil einen Bruch kann man halt nicht als eine Anzahl von Einheiten auffassen, sondern sind Verhältnisse von zwei Zahlen. Drei zu fünf zum Beispiel. Aber drei ist dann eine Zahl und fünf ist eine Zahl, aber drei zu fünf ist keine Zahl, sondern ein Verhältnis. Später heißen diese Verhältnisse auch Größen. Also alle Zahlen und alle Verhältnisse sind Größen. Und dann gibt es noch das Verhältnis von Größen. Und da haben die Pythagoreer gedacht, Verhältnisse von Größen, die irgendwo auftreten kommen, zum Beispiel Verhältnisse von Längen, müssten sich immer durch Verhältnisse von Zahlen darstellen lassen. Also zum Beispiel die Seitenlänge und die Diagonale in einem Quadrat, wenn man die zueinander ins Verhältnis setzt, da soll es auch ein Verhältnis von Zahlen geben, das das widerspiegelt. Ja, und da wissen Sie hoffentlich, das gibt es halt gar nicht. Und Sie können nicht zwei natürliche Zahlen durcheinander teilen und da kommt Wurzel 2 raus. Das geht nicht. Aber das war irgendwie so ein bisschen Schock, dass das nicht geht. Kommt aber gleich noch. So, jetzt hier Pythagorea. Figurierte Zahlen, haben die sich viel mit beschäftigt? So, also was ist hier die figurierte Zahl? Oben liegt 1, in der zweiten Zeile liegt 2, in der dritten Zeile liegt 3, in der vierten Zeile liegt 1, 2, 3, 4. Da wird also offensichtlich die Summe der ersten n-natürlichen Zahlen dargestellt, die auch die Dreieckszahlen ergeben, nämlich 1, 3, 6, 10. Das nennt man auch die Dreieckszahlen. So, und jetzt kennen Sie ja sicherlich, weil man das immer als Beispiel nimmt für den Induktionsbeweis, die Summe der ersten Zahl des n mal n minus 1. Wir wollen jetzt mal sehen, warum das eigentlich stimmt. Wir könnten jetzt mal sagen, also hier haben wir die 1, da haben wir die 2, da haben wir die 3, da haben wir die 4. Sagen wir mal, die n ist unsere 4. N mal n plus 1 halbe. Jetzt der Trick, um das zu sehen, ist quasi, man malt das einfach nochmal daneben. Letztes Mal hatte ich auch zwei verschiedenfarbige Stifte mit. Heute ist ein bisschen Sparprogramm. Jetzt gibt es die hier nochmal daneben. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 und 1. Ja, und jetzt muss man sich nur noch überlegen, wie viele Zeilen und wie viele Spalten hat man da. Wenn ich hier, in dieser Zeile liegen wohl die n-Kügelchen plus 1. Hier liegt jetzt n minus 1 plus 2, also auch n plus 1. In dieser Zeile liegt n minus 2 und hier liegt aber 2, 3, also ist das wieder n plus 2 und in der ersten Zeile liegt hier n minus 3 und hier liegen die 4. So, also liegt in jeder Zeile liegt immer n plus 1 Kügelchen und davon haben wir n Spalten, also hat mal n mal n plus 1 Kügelchen. Aber man hat ja auch zweimal hingelegt, also muss man noch die Hälfte nehmen. So, das wäre so eine Begründung mit figurierten Zahlen. Aber man kann sich überlegen, auch wenn ich da jetzt 5 oder 6 noch unten drunter gelegt hätte, hätte das ja ganz genauso funktioniert. Ich hätte dann halt oben die 5 hingelegt, aber dann hätte ich auch wieder die n von unten genommen, oben hingelegt, hätten oben n plus 1 gelegt und das ganze n-Zeilen. So kann man das durch figurierte Zahlen aussehen. So, vielleicht auch bei den anderen gucken wir vielleicht nur. Also hier in dem zweiten Bild hat man ja die 9, hier entstehen immer die Quadratzahlen. Man fängt mit 1 an und jetzt legt man immer eine ungerade Zahl dazu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 und heraus kommen immer die Quadratzahlen. Das können wir vielleicht auch noch schauen, warum das so gut hinhaut. So, also wenn man mal sagt, man fängt mit 1 an, ist sicherlich eine Quadratzahl und jetzt will ich das auf das nächste Quadrat ergänzen. Also hier sollen n liegen und da sollen n liegen. Ja, was muss ich dann eigentlich dazugeben? Ja, ich muss immer 1 dazugeben hier für die Kante und hier lagen schon n und hier lagen auch noch mal n. Vielleicht in dem Bild auch noch mal oder ich male hier noch mal neu dazu. Sagen wir mal, unser n war 3. Dann hatte ich ja hier ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 3 mal 3. Das ist die Quadratzahl für n gleich 3. Wenn ich jetzt sage, wie entsteht die nächste Quadratzahl? Na ja, da kommen wieder die 3 dazu. Auf der einen Seite, also ist das sozusagen n plus 1, die Klammern zum Quadrat ist natürlich das n Quadrat plus hier mal die n, plus da oben mal die n, plus immer noch da unten den 1er in der Ecke und das ist natürlich n Quadrat plus 2n plus 1. Und 2n plus 1 ist natürlich dann einfach immer die nächste ungerade Zahl. Und wenn Sie jetzt mal scharf hingucken, Sie haben ja auch mal irgendwann binomische Formeln gelernt, also das ist schon völlig in Ordnung. Wenn Sie n plus 1 Quadrat auflösen, kommt natürlich raus, das n Quadrat plus 2n plus 1. So, jetzt wäre ich hier noch mal eben so, damit ich nachher das besser im Bild habe, falls ich noch mal ein bisschen mehr Platz brauche. Ja, und so hat man dann eigentlich gesehen, aha, von einer zur nächsten Quadratzahl komme ich eben mal dazu, dass ich die nächste ungerade Zahl dazu addiere. Also ist die Summe der ersten n ungeraden Zahlen genau die Quadratzahlen. So, und für diese anderen zwei Bilder gibt es halt auch so Geschichten. Die Rechteckszahlen, jetzt überlegen, was da passiert, das ist 2 plus 4 plus 6 und so weiter. Da kann man auch eine Formel für aufstellen und genauso dann für diese komischen Häuserzahlen da oder wie man das nennen soll. So, das ist alles drin in der sogenannten, ich muss gar nicht switchen, sondern eigentlich nur weiter drücken. Das wäre jetzt normalerweise in der Übung gegeben, die Übung gibt es aber nicht. Das nennt sich auch die Lehre vom Geraden und Ungeraden. Ich muss hier gerade mal ein bisschen umswitchen, mir wird zu warm. So, da steht, gerade ist die Zahl, die sich halbieren lässt. Boah, klingt nicht schlecht, ne? Und Ungerade die, die sich nicht halbieren lässt, das ist ja fast noch besser. Oder die, die sich um eine Einheit von einer Geradenzahl unterscheidet. Ja, das klingt eigentlich sehr vernünftig. Gerade mal gerade ist die Zahl, die sich von einer Geradenzahl nach einer Geradenzahl messen lässt. Das heißt, wenn ich die Geradenzahl teile durch 2, dann kommt wieder eine Geradenzahl raus. Oder durch irgendetwas teile, dann kommt wieder eine Geradenzahl raus. So, gerade mal Ungerade ist die, die sich von einer Geradenzahl nach einer Ungeradenzahl messen lässt. Das heißt, wenn ich eine Geradenzahl durch eine Geradenzahl teile, kommt was Ungerades raus. Die werden dann Ungerade mal gerade. Zum Beispiel 6 wäre Ungerade mal gerade. Irgendwelche 6 durch 2 Teile, die haben halt nur einmal den Primfaktor 2. So, Ungerade mal Ungerade ist die Zahl, die sich von einer Ungeradenzahl nach einer Ungeradenzahl messen lässt. Okay, ist auch klar. Die hat halt den Primfaktor 2 quasi gar nicht enthalten, würden wir in heutiger Sprache sein. Da findet sich da zum Beispiel auch so ein Satz. Setzt man beliebig viele Ungeradezahlen zusammen und ist die Anzahl der Zahlen, die man da zusammengesetzt, gerade, so muss die Summe gerade sein. Finden Sie jetzt nicht so schwierig. Sie würden halt hingehen und schreiben da ja, die Ungeradenzahlen, die sind alle der Form 2 mal N minus 1 plus 2 mal N2 minus 1 plus 2 mal N3 minus 1. Und da klammert man ein bisschen aus, nimmt alles nochmal 2 und sieht dann, dass das halt eine gerade Anzahl, der so zusammen ist, kann man halt eine 2 ausklammern, passt das. Hier, so sieht der Beweis in den Dings aus. Wenn eine gerade Anzahl ungerader Zahlen zusammengezählt werden, dann sage ich, ist die Summe AE gerade, steht da oben auch. Da die Zahlen AB, BC, CD, DE ungerade sind, bleiben von Ihnen, wenn von jeder 1 subtrahiert wird, gerade Zahlen. Das hatten wir ja gerade gehört, also da stand ja die Definition, wenn man eine gerade Zahl halbiert, dann bleibt irgendwie 1 übrig. Da auch die Anzahl der subtrahierten Einsen gerade ist, also es bleibt ja bei gerade vielen Zahlen ein Einser übrig, ist deren Summe, also die Summe von diesen Einsen dann wieder gerade, beides zusammen ergibt AE, deshalb ist AE gerade, was zu zeigen war. Weil ich habe jetzt gezeigt, dass AE ist eine Summe von lauter geraden Zahlen. Erstmal die geraden Zahlen, die in jeder dieser ursprünglichen Zahlen ja drinsteckten und dann noch da drauf addiert die ganzen Einser. Jetzt können Sie höchstens sagen, ja, aber wenn eine von den Zahlen 1 war, dann kann ich da ja gar nicht ein Zweier abziehen und es bleibt ein Einser übrig. Ja doch, ziehen Sie halt keinmal ab, dann bleibt ja auch genau ein Einser übrig. Und bei der 3 klappt es ja dann, da kann man ja ganz klar ein Zweier abziehen und bei der 5 und so weiter. Ja, so sehen da diese Beweise aus. Ist halt alles ein bisschen umständlicher, wenn man da nicht mit Formeln das hinschreiben kann, aber im Grunde genommen wäre auch ein moderner Beweis, würde genauso funktionieren. Und bis auf die Art, wie man das aufschreibt, wäre das Argument letztlich genau dasselbe. So, dann hierbei gibt es diesen Hypasios von Metapont, der entdeckt hat mit dem Prinzip der Wechselwegnahme, dass es inkommensurable Strecken gibt, also Strecken, wo das so ist. Man findet keine kleine Strecke, die man ganzzahlig so oft nehmen kann, dass das dann glatt in die beiden Strecken hereinpasst. Das nennt man Inkommensurabilität. Und gemerkt haben soll der das der Legende nach ausgerechnet an diesem Ordenssymbol der Pythagorea, was dieses Pentagramm ist. Da soll der gemerkt haben, dass Seite und Diagonale nicht in so einem kommensurablem Verhältnis stehen. Und ich glaube, der Legende nach ist der dann auch irgendwie ins Meer geschmissen worden oder sowas. Auf jeden Fall hat der Legende nach nicht überlebt. So, vielleicht mal das Prinzip der Wechselwegnahme. Sie kennen das, das ist eigentlich ziemlich dasselbe wie der euklinische Algorithmus, nur angewendet auf Strecken. Wenn Sie sagen, sagen wir mal, Sie können noch nicht so weit zählen und bestimmen den GGT von 20 und 12, dann könnten Sie das ja so machen, dass Sie eine 20 Zentimeter Länge Strecke und eine 12 Zentimeter Strecke untereinander malen. Und jetzt überlegen Sie sich, naja, wenn es eine kleine Strecke gibt, die ganzzahlig in die 20er Strecke hereinpassen soll und die soll auch hereinpassen in die 12er Strecke, dann muss sie ja auch ganzzahlig in diese Reststrecke 20 minus 12 hereinpassen. Sonst wird sie ja nicht ganzzahlig in beides passen. Das ist genau das Argument, was man eigentlich auch beim euklidischen Algorithmus nimmt. Also das ist jetzt der langsame euklidische Algorithmus, wo wirklich dann so schrittweise abgezogen wird und nicht gleich ein Vielfaches weggenommen. So, und jetzt sagen wir dann genauso, okay, der muss also auch in diese 8er Strecke passen, das heißt, er muss dann aber die 8er und die 12er Strecke messen. Weil da kann ich jetzt wieder genau dasselbe Argument machen. Wenn das ganzzahlig in die 20 und die 12 passen soll und es soll ganzzahlig in die 12 und die 8 passen, dann muss es ja auch ganzzahlig in die 12 und die 8 passen. 12 minus 8 ist 4, es muss also auch ganzzahlig in den 4er passen. Aha, also muss es ganzzahlig in den 4er und den 8er reinpassen. Und sieh da, 4 passt genau zweimal in A rein. Also ist 4 die gemeinsame Streckenlänge, die sozusagen in beides ganzzahlig reinpasst. Und jetzt rechte ich das wieder hoch. Also ist im Grunde genommen, die Incommensurabilität lässt sich mit dem euclidischen Algorithmus überprüfen. Nur, dass man den eben auf Strecken anwendet, wo man ja jetzt unter Umständen gar nicht weiß, wie lang die ist. Das würde auch funktionieren. Ich male einfach so eine Strecke hin und trage da meinetwegen immer so abwechselnd mit dem Zirkel das ab, bis ich irgendwann mache, aha, ich komme da ganzzahlig oft aus. So, und jetzt gucken wir mal, warum das hier bei dem berühmten Ordenssymbol ein Problem ergibt. Das Problem besteht zwischen Seitenlänge und Diagonale, hatte ich gesagt. Jetzt schauen wir uns mal die erste Gleichung an. D, das ist die Diagonale, die hier so lang ist, diese hier, und A ist die erste Seitenlänge, also die hier außen. Jetzt steht hier, D ist gleich A mal D Strich. D Strich ist die Diagonallänge in diesem inneren Pentagramm, beziehungsweise in dem inneren Fünfeck. So, jetzt müssen wir mal erkennen, warum das stimmt. D ist gleich A mal D Strich. Dafür muss man erkennen, dass hier unten drin ein Parallelogramm liegt. Hier, sehen Sie, ich fahre da so lang, das ist jetzt ganz doof, weil ich glaube, ich den Mauszeiger nie mit aufnehme und dass das immer nachträglich in die Videos reinmalen muss. Also A, B Strich, C, D, B, das ist hier, dieses hier, das ist das, wo ich das sehe. So, jetzt habe ich das hier hingeschoben. Und andererseits liegt hier oben dieses bläuliche, das ist auch ein Parallelogramm, das heißt, ich kann dieses D Strich auch hier so da oben hinschieben. Und jetzt sehe ich das, aha, hier habe ich genau das D Strich drin. Ah, jetzt bin ich, glaube ich, schon einen Schritt zu schnell, oder? Nein, nein, das stimmt. Hier ist das D Strich, hier ist mein A, also die Seitenlänge von dem Äußeren. Und hier ist das D und es gilt genau, D ist gleich A plus D Strich. So, und jetzt gehe ich weiter, jetzt gehe ich in das Innere rein und sage, gut, also jetzt schaue ich mir nochmal das D Strich an und schaue mir das an, das A Strich. Und da kann ich wieder dasselbe Spielchen machen mit dem nochmal wieder inneren Fünfeck, was hier drin liegt. Da funktioniert das also auch wieder, da kann ich wieder sagen, ah, ich schiebe den hier hier oben hin und so weiter und so fort. Also genau dasselbe Argument geht da auch. Weil das kann ich beliebig oft fortsetzen, das hat kein Ende und deswegen kann das Verhältnis nicht ganzzahlig sein. Das ist da das Argument. Ja, dumm gelaufen. Aber jetzt, wir können das umgekehrt nutzen, wenn man das Argument rückwärts laufen lässt, kann man rauskriegen, wie denn das Seitenverhältnis exakt ist. Das ist hier oben gemacht, da ist einfach so eine Bestimmungsgleichung angegeben. Da steht, ich gucke einfach in verschiedenen Figuren rein und sehe dann, x verhält sich zu 1, also die diagonalen Länge verhält sich, wenn man sagt, ja außen wäre mal die 1, im selben Verhältnis wie 1, das ist hier die Seitlänge, sich zu x minus 1. Das ist diese Länge hier, die man auch runtertragen kann, dann wird das die diagonalen Länge in dem inneren Ding. Und wenn man das mal ein bisschen umformt, dann steht da also letztlich die Gleichung x² minus x minus 1 gleich 0 lösen. Und wenn man das macht mit der entsprechenden Formel, kommt daraus Wurzel 5 plus minus 1 halbe. Ja, das mit Wurzel 5 kriegen Sie aber keinen rationalen Ausdruck hin. Das ist schwer zu machen, hat auch einen besonderen Namen. Wissen Sie, wie das heißt? Der goldene Schnitt, die stehen ja in dem goldenen Schnittverhältnis. Und das ist leider irrational. Pech gehabt, inkommensurables Ordenssymbol und darunter steht der Spruch, alles ist zahldumm gelaufen. Das kann passieren. So ist das manchmal. Der Beweis zum pythagoräischen Leersatz. Ja, der klassische Beweis, den man da hat, ist der, der in diesem Euklid drinsteht. Da sage ich auch jedes Mal dazu, Schopenhauer mochte ihn nicht, aber weil Sie ja nicht wissen, wer Schopenhauer ist, hilft Ihnen das nicht viel. Der hat gesagt, der wäre stelzbeinig. Das können wir uns vielleicht mal als Argumentation angucken. Das ist jetzt wieder von diesem Typ, der da auf den Falkland-Inseln alleine rumsass und nichts anderes zu tun hatte, als den Pythagoras in Bund nochmal aufzumalen. Und so, da wird eigentlich gar nicht der Pythagoras bewiesen, sondern es werden Kathetensätze bewiesen und daraus wird dann zusammengeschoben durch die beiden Kathetensätze, dann nachher der Satz vom Pythagoras. Habe ich da irgendwas drunter geschrieben? Auch nicht. Gut, was hier gemacht wird, es wird gesagt, dieses Dreieck hier, dieses Lilande, ist zunächst mal genauso groß wie dieses Türkise. Ich sage jetzt extra nicht blau und türkis, also lila und türkis. Und warum ist das so? Oh, naja, also hier ist ja so, sagen wir mal, das hier ist B und das hier ist A, kann man sich ja aussuchen. Und das hier ist das C-Quadrat. Also sagen wir mal, das hier ist das B-Quadrat, da ist das A-Quadrat, da ist das A-Quadrat, da stimmt nicht. Also nach üblicher Bezeichnung ist eher hier das A-Quadrat. Ah ne, eh nicht, die Dings sind, da ist das B. Aber hier ist auch nicht das B. Ist doof, weil hier unten ist eindeutig die Hypotenuse, da sollten eigentlich die Buchstaben anders benannt sein. Aber egal, also dieses Quadrat hier, so, also da haben wir also diese Seite C, K ist genauso lange wie die Seite A, C. Das ist offensichtlich so. Und außerdem ist das auch so, dass B, C, ja genau, dass dieses B, C ist genauso lang wie das C, E. Und jetzt müssen wir noch kurz überlegen, warum die beiden Dreiecke auch denselben Winkel haben. Ja, weil einfach hier ist ein 90-Grad-Winkel, das ist ja ein Quadrat. Und hier unten ist auch ein 90-Grad-Winkel, das ist ja ein Quadrat. Und dann kommt bei beiden noch dieser Teil innerhalb des Dreiecks dazu, der ist natürlich auch gleich groß. Also ist auch der Winkel dazwischen. Und damit sind die beiden Dreiecke jetzt konkurrent nach Seite, Winkel, Seite. So, und jetzt kommt das Argument, ich zeichne eine Parallele zu der Strecke E, C durch den Punkt A. Dann weiß ich, dass alle Dreiecke, die hier diesen Punkt, den dritten Eckpunkt auf dieser Verbindungsstrecke AL haben, die haben alle denselben Flächeninhalt. Weil die haben alle dieselbe Grundseite und weil das ja hier Parallelen sind, ist das hier quasi die Höhe. So, die haben also alle denselben Flächeninhalt. Das heißt, wenn ich jetzt das Dreieck hier runterschiebe, dann hat das Dreieck auf jeden Fall den Flächeninhalt immer noch von diesem Türkisen. Ich habe das jetzt nur in der Form verändert, aber der Flächeninhalt ist gleich geblieben. Und genauso kann ich hier mit dem Türkisen so hier so dran lang gehen, weil das ist ja auch parallel. Hier ist ja ein Quadrat, das hat offensichtlich parallele Gegenseiten. Also kann ich das hier auch so dran längs schieben und komme dann da oben hin. So, und jetzt sage ich, das ist ja interessant, weil das ist schon der Kathetensatz. Wenn diese Dreiecke gleich sind, also wenn das türkise Dreieck denselben Flächeninhalt hat wie das lila Dreieck da unten, dann haben natürlich auch die Rechtecke dieselben Flächeninhalte. Und die Dreiecke sind ja einfach nur die Hälfte von dem Rechteck. Also ist hier unten dieses Dreieck MCEL hat denselben Flächeninhalt wie dieses Quadrat. So, und genau dasselbe Argument lässt sich aber mit dem Roten und dem Orangenen machen. Nur kriege ich das jetzt nicht, das Problem hatte ich glaube ich letztes Mal auch. Da liegen zu viele Punkte übereinander. Achso, das ist überhaupt nicht zuppelbar gemacht. Naja, da war zu faul. Sehen Sie. Jetzt könnten Sie auch hier hingehen. Ja, hier sind die schon in der Endposition. Die liegen schon so, wie man es haben will. Normalerweise lag das rote Dreieck halt auch erst hier innen drin und das orangene Dreieck da oben drin. Und dann hätten Sie auf der Seite genau dasselbe Argument gehabt, nur eben für hier oben für das Quadrat BFGA und unten für das Rechteck BMLD. Da kann man natürlich genau dieselbe Argumentation machen mit dem Runterziehen. Und damit hat man dann bewiesen, okay, oben das eine Quadrat ist so groß wie die eine Rechteck, wie das eine Rechteck. Oben das andere Quadrat ist so groß wie unten das Rechteck. Und die beiden zusammen sind ja genau das C-Quadrat. Dann hat man die Kathetensätze beide bewiesen und gleichzeitig den Satz von Pythagoras mitbewiesen. So ist halt der klassische Beweis, der da in dem Euklid drin stand. Ob die Pythagorea den schon kannten, unklar. Es wird aber jedenfalls nichts benutzt, was jetzt bei den Pythagoreern nicht bekannt gewesen wäre. Wir haben ja relativ wenig benutzt, außer Seite, Winkel, Seite, Konkurrenzsatz. Und diese Eigenschaft Dreiecke mit derselben Grundseite und derselben Höhe haben denselben Flächeninhalt. Sonst haben wir eigentlich nicht viel benutzt. Und Gegenseiten von Quadraten sind parallel benutzt. Damit geht es schon in die athenische Periode, wo wir uns vor allem mit Platon und Aristoteles beschäftigen wollen. Beziehungsweise wo ich Sie mit Platon und Aristoteles beschäftigen will. Platon gründet um 385 vor Christus die Platonische Akademie in Athen. Dort studierten, man höre und staune, Schülerinnen und Schüler aus der gesamten griechischen Welt. Auch da hatte ja Griechenland schon so ein bisschen über seine heutigen Grenzen hinaus Land gewonnen. Auch noch interessant, in der Nähe dieser platonischen Akademie gab es ein Gebäude, das heißt das Gymnaseion. Das war einerseits eine Sportstätte, andererseits haben die da aber auch diskutiert. Und da gibt es ja auch dieses hier gesunder Körper, gesunder Geist Zeug später auch noch bei den Römern. Und das ist ganz lustig, weil quasi wir in unserem Sprachgebrauch daraus das Gymnasium als Schulform gemacht haben und in den englischen Sprachgebrauch das Gymnasium aber eher die Sporthalle geworden ist. Das kommt halt von dieser, die einen haben sich halt eher an der einen Verwendung, die anderen an der anderen orientiert. Angeblich hat er als Motto über seine platonische Akademie geschrieben, das ist aber nicht belegt, lasst keine geometrischen Ignoranten herein. Letztes Jahr habe ich den billigen Gag gemacht, das wollte Herr Kade uns auch über seine Tür schreiben, aber es ist ihm nicht erlaubt worden. Was hingegen überliefert ist, ist in dem Buch Der Staat, das ist ja relativ bekannt auch, Platons Der Staat, wird faktisch das sogenannte Quadrivium eingeführt. Die Bezeichnung Quadrivium stammt allerdings von Bruetius, einem Römer. Das kommt in diesem antike Spätzeitvideo, was Sie sich dann angucken können. Da ist das drin. Und dazu gehören die Arithmetik. Das meint allerdings nur die Zahlentheorie, jetzt nicht Grundrechnungsarten und so. Also das stupide Rechnen mit Zahlen, das hieß bei den Griechen Logistik. So das wirtschaftliche Rechnen und so. Arithmetik meint immer tatsächlich so zahlentheoretische Probleme. Also zum Beispiel so Sachen, wie wir hier vorhin gemacht haben mit diesen figurierten Zahlen und sowas. Oder die Summe von zwei geraden Zahlen ist wieder eine gerade Zahl und sowas. Dann Ebene und räumliche Geometrie. Die Harmonielehre, beziehungsweise die Lehre der Proportionen, ist auch sehr mathematisch. Und dann die Astronomie. Es gibt bei Platon eine Geringschätzung praktischer Mathematik und die Verbannung so ziemlich eiler mechanischer Hilfsvorstellungen und Geräte. Da werden wir nachher sehen, dass das bei Archimedes dann so ein bisschen aufgeweicht wird. Jetzt kann man wieder sagen, Zirkel und Lineal sind ja eigentlich auch Geräte. Ja, aber jetzt gibt es wieder dieses Erstmal. Zirkel und Lineal sind auch die einzigen Geräte, die sozusagen dann in dieser euklidischen Geometrie, die sich ja sehr stark an diesen platonischen Idealen orientiert, zugelassen sind. Und das sind eben auch zwei mit so einer Art minimalen Eigenschaften. Also das eine heißt eigentlich nur, ich kann eine gerade Linie ziehen. Das andere heißt, ich kann irgendwie eine Linie mit bestehender, also ich kann um einen Punkt eine Linie ziehen, die immer gleich weit entfernt ist. Außerdem geht es auch nie darum, ob das mit realen Geräten möglich ist. Also da kann man nie als Argument bringen, ja, aber die zwei Punkte, die kann ich ja gar nicht mit dem Lineal verbinden, weil mein Lineal ist nur 32 Zentimeter lang, wie so ein typisches Schullegal. Da geht es ja immer um gedachte Idealobjekte. Also würde das mit einem beliebig langen Lineal funktionieren. Und das Lineal hat auch keine Skala und so. Und dann aber so Hilfsvorrichtungen und sowas. Beim Archimedes gibt es zum Beispiel einen Beweis, dass das Kugelvolumen, Halbkugelvolumen gleich einem bestimmten Zylinder, einem bestimmten Kegelvolumen sein muss, abgezogen von einem Zylindervolumen. Und das wird argumentiert dadurch, dass gesagt wird, wenn man die so an gewissen Hebeln aufhängt, da müssen die aus bestimmten Gründen im Gleichgewicht sein, die Hebel. So, das wäre halt so total unplatonisch, so zu argumentieren. Ja, dann ist Platonismus die Bezeichnung für eine spätere philosophische Position, die an Platons Ideenlehre angelehnt ist. Und man kann ganz grob sagen, das ist die Vorstellung, dass es abstrakte oder ideale Objekte gibt in irgendeinem Sinne, die auch unabhängig von uns existieren. Zum Beispiel der Herr Dörfler ist kein großer Platonist. Ach nein, also die Dinge, die abstrakten Dinge existieren halt nur in unserer Vorstellung und damit eben nicht unabhängig von uns. Man kann, und das macht große Unterschiede, in einem Fall kann man Mathematik entdecken. Die ist schon da und wird halt nur entdeckt. Und in dem anderen Fall muss man Mathematik erfinden, wo es die noch gar nicht gibt. Aber das erzählt dann nächstes Semester, macht der neue Kollege Kolosche die Philosophie der Mathematik. So, was noch interessant ist, vielleicht eher so aus didaktischen Gründen, ist in der Start, Warum ist die Mathematik eigentlich wichtig für den Platon? So, da hat der Platon so einen fiktiven Dialog zwischen Sokrates und Glaukon aufgeschrieben. Das heißt, glaube ich, auch das Höhlen-Gleichnis oder so. So, und dann sagt dieser Glaukon, die Rechen- und Zahlenlehre hat es zur Gänze mit den Zahlen zu tun. Dann sagt der Sokrates, gewiss, diese Fächer führen also zur Wahrheit im reichsten Maße, sagt der Sokrates. Also gehören sie zu den Wissenschaften, die wir suchen. Der Kriegsmann muss sie wegen der Truppenabteilung lernen. Der Philosoph, weil er aus der Welt des Werdens heraustauchen, die Welt des Seins erfassen muss. Andernfalls wird er niemals ein rechtwirklicher Rechner. So, und jetzt geht es noch etwas weiter. Sokrates, das muss man, mein Glaukon, dann muss man, mein Glaukon, das fachgesetzlich verankern und die zukünftigen Träger der höchsten Staatsgewalt dazu bringen, Mathematik zu studieren, aber nicht nur nach Art eines Praktikers, sondern solange, bis sie durch reines Denken zur Schau des Wesens der Zahlen vordringen, nicht wegen eines Verkaufes oder Kaufes, wie es Händler und Kaufleute machen, sondern wegen des Krieges und wegen der Seele, damit sie sich leicht vom Werden zur Wahrheit und Wesen wenden. So, was man da sagen kann, und das ist auch eine Vorstellung, die dann bei den Neuhumanisten, also diesen Leuten im 19. Jahrhundert, die dann so die ganzen antiken Sachen wieder ausgebuddelt haben, unter anderem Wilhelm von Humboldt, ja sehr populär war, dass man die Mathematik quasi nicht lernen soll, weil man damit was anfangen kann praktisch, das würde man utilitaristisch nennen, sondern weil man damit so seine Denkkräfte als solche schult und sich ein Stück der Menschlichkeit des Menschen aneignet. Und das ist quasi schon verwurzelt beim Platon, also zwei Dinge sind da besonders, erst mal, der möchte Philosophen als Könige haben, das will ja auch noch nicht jeder, also die Politiker sollen da die besonders gescheiten Leute sein, das kann man ja auch anders sehen, und das Zweite ist, besonders gescheit wird man durch Mathematik, das hat sich als Gerücht sehr lange gehalten, ist ja heute auch noch so, wenn einem gar nichts einfällt, warum die Kinder Mathematik lernen sollen, man immer, ja, ja, das schult irgendwie so das Denken. Und diese Vorstellung kommt halt quasi schon von Platon her. Und Sie werden in diesem bereits fertiggestellten Video zur griechisch-römischen Spätzeit sehen, dass die Römer das nicht fanden. Also die Römer haben gesagt, na, man kann auch zu viel Mathematik lernen, das stört dann eigentlich nur. Das ist schon wichtig, dass man so ein bisschen was vermessen kann und so, aber danach wird das eigentlich irgendwann zu viel. Da gibt es so viele schöne Sachen, die man lernen kann, warum soll das dann unbedingt Mathematik sein? Das ist dann so, ich glaube, so steht das bei Seneca. Also da ist doch eine deutlich andere Position. So, jetzt zu Aristoteles. Das ist ja so der Einstein seiner Zeit in gewisser Weise, so Rockstar der Mathematik zu der Zeit, Schüler von Plato. Und nach dem Tod von Plato war der Hauslehrer von Alexander dem Großen. Sie sehen, jetzt kommen wir schon so ans Ende der athenischen Zeit. Der hat auch eine Schule gegründet, die hieß Lyceum. Und Lyceum heißt zum Beispiel in Frankreich das Gymnasium. Und hier gibt es das, glaube ich, auch manchmal. So einige Schulen, die so ein bisschen besonders toll sein wollen, und die nennen sich dann ganz gerne Lyceum. So, und für die Mathematik ist jetzt der Aristoteles irgendwie eher wichtig. Ah, jetzt habe ich das gerade falsch gesagt, das mit dem Rockstar und so, das gilt. Ich verwechsel jedes Mal Aristoteles und Archimedes. Das ist total peinlich. Das muss ich nachher dann noch wieder umschneiden. Da kommt das hinten alles schon immer am Archimedes. Bei Aristoteles ist eigentlich nur wichtig wegen der aristotelischen Logik. Also das ist jetzt quasi die, hier wird quasi die logische Grundlage gelegt für das, wie dann im Euklid und wie eigentlich seit Euklid auch durchgängig immer argumentiert worden ist. Und da sind auch genau die Sachen drin, die man jetzt entweder am Anfang von Analyse 1 oder lineare Algebra 1 oder halt in elementarer diskrete Mathematik so über Beweisverfahren lernt. So, die Schlussformen, die stammen halt aus der sogenannten aristotelischen Logik. Super viel muss ich da nicht zu erzählen, weil das ziemlich sicher dann auch in Philosophie der Mathematik nochmal wieder aufgegriffen wird. Insbesondere geht es um Syllogismen. Hier ist das eigentlich etwas zu allgemein beschrieben. Hier steht zunächst mal, was ein vernünftiges Argument ist. Ein vernünftiges Argument ist ein Argument, in welchen sich, wenn etwas gesetzt wurde, etwas anderes als das Gesetzte mit Notwendigkeit durch das Gesetzte ergibt. Klingt verdammt schwierig. Letztes Jahr habe ich das erklärt mit der vollständigen Induktion. Da sagt man ja auch, also bei diesem Induktionsschritt, nehmen wir mal an, die Aussage ist für ein bestimmtes N richtig. Jetzt zeigen wir, dann gilt auch immer die Aussage danach. Da zeigen wir quasi, wenn etwas Gesetztes gilt, dann können wir zeigen, dass etwas anderes dann auch richtig ist. Und jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie zeigen, dass das Gesetzte selber auch gilt. Dafür dient dann normalerweise der Induktionsanfang. beziehungsweise kann man sich überlegen, dass so ein Schließen natürlich nicht beliebt, also ein Henne-Ei-Problem kriegt. Man kann sagen, das Gesetzte beweisen wir jetzt auch wieder, dadurch, dass wir etwas anderes Gesetztes als wahr einnehmen. Und dann zeigen, das Gesetzte ist aber dann hier eine Folge von dem Gesetzten. Aber das kann man ja nicht, also kann man schon beliebig oft machen. Das führt nie an ein Ende. Und deswegen braucht man am Anfang immer irgendwas Gesetztes, bei dem man mal anfängt. Also aus nichts kann man quasi nicht argumentieren. Und das sind ja die berühmten Axiome, wie wir heute sagen. Beziehungsweise bei Aristoteles gibt es halt noch die Unterscheidung zwischen Postulate und Axiome. Der Unterschied ist hier, die Axiome sind universell als wahrgesetzte Aussagen. Und die Postulate sind wahrgesetzte Aussagen einer bestimmten Wissenschaft. Das deckt sich auch ganz gut mit der Verwendung in den euklidischen Elementen. Da sind nämlich die Axiome, diese Sachen wie, wenn das eine dem anderen gleich ist und das andere dem dritten, dann ist auch das dritte dem ersten gleich, die quasi nichts mit Geometrie zu tun haben, sondern für die gesamte Mathematik oder allgemein denknotwendig sind. Und die Postulate sind dann Dinge wie, es ist möglich, von jedem Punkt aus zu jedem anderen Punkt aus eine gerade Linie zu zeichnen, die eben Aussagen der spezifischen Wissenschaft sind. So, diese Unterscheidung gibt es jetzt nicht mehr. Sie haben ja auch die Axiome von einem Vektorraum. Die würden eigentlich im Sinne von Aristoteles Postulate heißen. Aber es ist auch klar, wenn man da jetzt mit Vektorräumen so etwas rum beweist, nutzt man auch ständig Aussagen, die man halt einfach allgemein als wahr angenommen hat. Gut, dann gibt es hier noch die Bezeichnung Physik, die ein bisschen was anderes ist, als bei uns Physik wäre. Das ist die Lehre von den Zahlen, Größen und Größenverhältnissen. Hier gibt es die Unterscheidung zwischen der Zahl, die Zahl ist immer etwas Diskretes, und der Größe, die ist etwas Kontinuierliches, zum Beispiel so eine hingezeichnete Strecke. Und was auch schon angefangen worden ist, ist zu akzeptieren, das sogenannte Potenziell Unendliche, aber nicht das Aktual Unendliche. So, das ist jetzt eigentlich auch wieder fast eher eine Unterscheidung für die Philosophie der Mathematik. Man kann sagen, es ist akzeptiert worden, dass man etwas beliebig nähern kann. Dass man sagen kann, diese Figur kommt dem Kreis beliebig nahe. Aber es gibt dann keinen Grenzwert. Also wenn Sie so der Meinung sind, ah, das mit den Grenzwerten war mir noch nie sympathisch, wenn ich eine Sekante habe und da laufen die Punkte immer näher zusammen, das bleibt doch immer eine Sekante. Da kommt nicht irgendwann eine Tangente raus. Das geht ja nicht, dann habe ich ja da Null unterm Bruch stehen. Dann sind Sie so ungefähr auf der Ebene zu der Zeit von Aristoteles. Also man hat dieses Ende des Prozesses da nicht mitdenken wollen. Und darüber hat sich dann der Zenon unter anderem lustig gemacht, weil es dann auch so Vorstellungen davon gab, so, ah, vielleicht ist das Unendliche auch so lauter so kleinen Atomen zusammengesetzt. Und dann gibt es diese ganzen Zenon-Paradoxien, das bekannteste vielleicht Achilles und die Schildkröte. Das habe ich, glaube ich, auch in den Folien drin. Und dann gibt es noch dieses mit dem Pfeil, wo der da zeigt, dass ein Pfeil eigentlich immer runterfallen müsste, weil der ja zu keinem Zeitpunkt eine Geschwindigkeit haben kann, sondern immer nur zwischen zwei Zeitpunkten und so andere Dinge. Der Zenon hat jetzt nicht gemeint, dass die Schildkröte den Achilles nie einholt. Der wollte nur zeigen, wenn man mit den unsauberen Vorstellungen über Unendlichkeit, die zu der Zeit man hatte, konsequent zu Ende gedacht hätte, dann dürfte der Achilles die Schildkröte eigentlich nie einholen. Der hat also so auf Untiefen in der Fassung des Unendlichen hinweisen wollen. So, was sind eigentlich so Logismen? Das sind bestimmte Schlüsse. Also normalerweise, wenn man einen Schluss hat, besteht der ja immer aus Prämissen und einer Schlussfolgerung. Also man hat zwei Prämissen und dann hat man die Conclusio. Und jetzt sind Syllogismen, sind solche Schlüsse mit einer bestimmten Struktur, die haben immer einen Mittelbegriff. Hier in dem Bild sehen Sie Mittelbegriff, Unterbegriff und Oberbegriff. Unter- und Oberbegriff kommen immer in beiden, kommen immer in den Prämissen vor und in der Schlussfolgerung. Und der Mittelbegriff, der darf, der ist sozusagen nur ein Hilfsbegriff, der darf nur in den Prämissen, aber nicht in der Schlussfolgerung vorkommen. Jetzt sehen Sie hier zum Beispiel, alle Menschen sind sterblich, alle Griechen sind Menschen, also sind alle Griechen sterblich. Klingt erstmal okay. Und der Mittelbegriff, um eben die beiden Prämissen zu verbinden, ist da Menschen. Es müsste nicht unbedingt immer was mit alle da stehen. Hier ist mal eins mit kein, da ist der Mittelbegriff Rechteck. Kein Rechteck ist ein Kreis. Alle Quadrate sind Rechtecke. Dann ist sicherlich richtig, kein Quadrat ist ein Kreis. Das ist auch das Rechteck, das was die beiden Aussagen miteinander verbindet. So und hier ist das immer so, wenn Sie die beiden Oberen als Gesetzte akzeptieren, also wenn Sie sagen, alle Menschen sind sterblich und wenn Sie sagen, alle Griechen sind Menschen, dann müssen Sie auch akzeptieren, dass alle Griechen sterblich sind. Realerweise ist das nicht immer so ganz so streng nur mit diesem Mittel-, Ober- und Unterbegriff gewesen, sondern es hat schon diese Schlussformen gegeben, die, wenn Sie sowas wie Einführung in die Logik machen, dann lernen Sie die eigentlich auch kennen in der Philosophie. Modus ponens, die Bezeichnungen sind Latein. Wenn A, dann B, diesmal ist ja auch correct drauf, A ist richtig, dann gilt auch B. Letztes Jahr stand da drauf, wenn A, dann B, B ist richtig, dann auch A. Das ist falsch, das nennt man den abductiven Schluss. So, und die Übung wäre sich, Beispiele zu denken, wo sowas vorkommt. Also, es gibt natürlich immer dieses, wenn es regnet, ist die Straße nass. A-Aussage ist also, es regnet. B-Aussage ist, die Straße ist nass. Jetzt sagen Sie, A gilt, also es regnet. Dann sagen Sie, A, dann ist also auch die Straße nass. Jetzt kommen dann immer so Witzbold und sagen, stimmt ja nicht, wenn da einer ein Dach drüber gebaut hat. Ja, dann würde aber auch die erste Prämisse nicht stimmen. Dann stimmt ja halt schon die Aussage, wenn es regnet, ist die Straße nass nicht. Wenn die beiden Teilaussagen, die oben stehen, stimmen, muss dann auch die untere stimmen. Bei diesem hier funktioniert das. Sie zeigen das heute normalerweise mit so Wahrheitstafeln, also Sie formalisieren das. Sie geben einfach an, wann ist die Aussage, wenn es dann A, B richtig. So, vielleicht können wir auch noch mal Modus Tollens überlegen. Wenn A, dann B, nicht B, nicht A. Jetzt nehmen wir mal ein mathematisches Beispiel. Wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar. Sagen Sie, 3 ist nicht durch 2 teilbar, dann schließen Sie daraus, 3 ist auch nicht durch 4 teilbar, was offensichtlich richtig ist, auch von der Argumentation her. Umgekehrt wäre es übrigens nicht richtig, wenn ich da jetzt hinschreiben würde, wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar und Sie schreiben jetzt da drunter, die Zahl ist durch 2 teilbar, also 6 ist durch 2 teilbar, da können Sie eben nicht rausschließen, dass die 6 durch 4 teilbar ist. Also das funktioniert nicht. Aus dem Vorliegen von diesem Dann-Teil folgt gar nichts über den Wenn-Teil. Nur aus dem Nicht-Vorliegen von dem Dann-Teil. So, und hier sind noch die etwas komplizierteren. Das hier ist dann tatsächlich Zoologismus. Hier haben Sie diesen Mittelbegriff, wenn A, dann B, wenn B, dann C, wenn A, dann C. Wenn eine Zahl durch 8 teilbar ist, dann ist sie auch durch 4 teilbar. Wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar. Wenn eine Zahl durch 8 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar. Und das wäre der klassische Zoologismus, hypothetischer Zoologismus. Hier gibt es noch den disjuntiven Zoologismus. Es gilt A oder B. Ich komme pünktlich oder zu spät. Ich komme nicht pünktlich, also komme ich zu spät. Wobei das ein bisschen gemogelt ist, weil das ein ausschließendes O da war. Sie könnten sagen, ich trinke Wasser oder Kaffee. Wenn ich zu Ihnen komme, trinke ich Wasser oder Kaffee. Da dürfte ich ja vielleicht auch beides trinken. Aber wenn ich dann kein Wasser trinke, bin ich gezwungen, Kaffee bei Ihnen zu trinken. Sonst ist die erste Aussage nicht mehr richtig gewesen. Das ist der disjunktive Zoologismus. So, hier die berühmte Paradoxie des Zenon. Das wäre jetzt eigentlich der Teil für die Übung gewesen. Gut, können wir ja mal machen. Also nehmen Sie mal an, Achilles tritt gegen eine Schildkröte. Kennen Sie das? Ja, oder? Nein? Dann ist es ja wirklich gut. Herr Pilz, der kennt das natürlich. Nehmen Sie an, der schnelle Achilles tritt gegen eine Schildkröte an. Die Schildkröte hat einen Vorsprung von 500 Metern, aber Achilles läuft 50 Mal so schnell wie die Schildkröte. Die Schildkröte läuft also 1 Meter in 5 Sekunden. Achilles läuft 10 Meter pro Sekunde. So, jetzt der Zenon macht das jetzt so. Muss ich gleich dann dazu malen. Die Schildkröte hat einen Vorsprung von 500 Metern. So, also 500 Meter Vorsprung. Da ist der Achilles, da ist die Schildkröte. Ich blätter gleich auf, ich muss mir eben die Geschwindigkeit noch aufschreiben. Achilles läuft 50 Mal Schildkröte und die Schildkröte läuft 1 Meter pro Sekunde. Du hast der Dings ja ganz schön flott unterwegs. Pro 5 Sekunden, ich wollte schon sagen, sonst wäre der ja recht flott unterwegs. Und der Dings 10 Mal so schnell, 50 Meter pro Sekunde. Nicht schlecht, der Achilles. Leicht unrealistische Zahlen. So haut es hin, so läuft er 10 Meter pro Sekunde. Ist immer noch relativ flott. 10 Meter pro Sekunde. Dann kann ich die Dings vielleicht auch gleich umschreiben. Die läuft also 0,2 Meter pro Sekunde. So, das schreibe ich nur gerade hier rüber. So, jetzt gucken wir nämlich mal hin. 500 Meter hat die Vorsprung. So, jetzt macht der Achilles das, ach, der Xenon das so und sagt, naja, also wir gucken mal nach, wann ist eigentlich der Achilles da, wo die Schildkröte war. So, also 500 Meter, der Achilles läuft 10 Meter pro Sekunde. Also ist der da nach 10 Sekunden. 10 Sekunden hat der Achilles 500. Jetzt ist die Frage, wo ist denn die Schildkröte da? Ja, die Schildkröte ist ja jetzt 10 Mal 0,2 gelaufen. Also 5. 10 Meter, 50 Sekunden. 50 Sekunden, dann ist er bei 500. So, okay, 50 Sekunden. Wie weit ist jetzt die Schildkröte gelaufen? 50 Sekunden geteilt durch 5 Sekunden sind 10, 20. Nein. 10 Meter. Okay, 10 Meter. Also die ist jetzt bei 510. Okay, die Schildkröte ist bei 510. Nach 50 Sekunden. Okay, jetzt gucken wir weiter. Wann hat der Achilles, wann hat der Achilles, wann ist denn der Achilles hier? Bei 510. Nach wie vielen Sekunden? 10 Meter eine Sekunde später. Also bei 51 Sekunden ist der Achilles bei 510. und 10 und 10 und die Schildkröte ist jetzt bei 510,2. Okay, jetzt gucken wir mal weiter. Also wann ist denn der Achilles bei 510,2? Also 51 wird er sicherlich brauchen. 0,2 Meter mit 10 Meter pro Sekunde sind 0,2. Also da ist er halt bei 510,2. Jetzt wieder, wo ist die Schildkröte da? 510,2 ist sie sicher. Und jetzt ist die Schildkröte ja noch in 5 Sekunden, in einer Sekunde läuft die 0,2 Meter. In 0,2, jetzt müsste, also jetzt kommt hier glaube ich so 0,4. Und jetzt ist aber der Witz, das kann man natürlich beliebig oft fortsetzen. Und jetzt kann ich wieder fragen, ja, wann ist denn der Achilles bei 510,2,0,4? Ja, dann wird man hier wieder was ausrechnen. Sie sehen schon, dass das hier, wann ist der, da kommt hier 51, das ist nämlich genau die Zahl hier, nur um einen Stellenwert verrutscht. Und dann geht das immer so weiter. Also man kann das immer weitermachen, das Spiel. Wenn man ja sagen, immer wenn der Achilles da ist, wo die Schildkröte ist, ist die Schildkröte ja ein Stück weiter gelaufen. Und das kann man immer so weitermachen, immer so weiter. Also holt der Achilles die Schildkröte nie ein, sagt der Xenon. Was Quatsch ist, weil das Problem ist einfach, diese Zahl, die hier rauskommt, die hat halt eine unendliche Nachkommadarstellung, aber deswegen ist die ja nicht unendlich groß. Bei 52 Sekunden wäre der Achilles schon weiter. Der hätte die schon überholt. Aber es ist möglich, eine unendliche Summe aufzustellen, die einen endlichen Grenzwert hat. Genau, das zeigt genau den Zeitpunkt an, wo er die überholt, die da dann als unendliche Summe rauskommt. Aber das Problem war das nicht, dass man nicht so wirklich akzeptieren wollte, dass eine unendliche Summe einen endlichen Wert hat. Also eine Summe, die mit unendlich vielen Summanden hat, dass da was Endliches rauskommen kann. Und das ist ja auch ein bisschen verblüffend. Man überlegt ja immer so, da kommt ja immer noch was dazu. Und trotzdem soll das eine Grenze haben, über die das nicht drüber geht. Das ist erst mal, hat das so was. Da gibt es ja auch diesen alten Gag, in einen Koffer passen unendlich viele Taschentücher. Eins passt immer noch rein. Das können Sie mir nicht erzählen. Wenn die schon reinpassen, eins kann man immer noch drauflegen. Also gehen unendlich viele rein. Gut, verlassen wir das mal und kommen zum Rockstar der antikriechischen Mathematik, Archimedes. So, aus der Zeit stammt eigentlich das Buch von Euclid. Aber da hatten wir ja schon gesagt, dass der Euclid quasi so ein Best-of der griechischen Mathematik bis zu dem Zeitpunkt ist. Und diese ganze Beweistechnik, die da drin ist, ist eben von Aristoteles abgesehen. Die ganze Ideologie hinter dem Buch, das mit Axiomen und so weiter aufschreiben, kommt quasi von Platon. Und vieles Wissen stammt halt auch von Thales, Pythagoras, bla bla bla, Archimedes und so weiter, ist da halt gesammelt. Und es sind ja sogar später noch Bücher dazugekommen, wo irgendwie relativ klar ist, dass die Mathematik der Spätzeit und so enthalten, die quasi gar nicht mehr in dieses Euclid-Buch, in diese Zeit, in der der Euclid verortet wird, hereingehören. So, jetzt schauen wir mal an eine Sache, die relativ typisch ist, noch rein. Die Frage, in welcher Form haben die sich eigentlich mit Algebra beschäftigt, eher so ein bisschen indirekt. Es gibt da schon Lösungen von Gleichungen, aber die sind immer durch geometrische Probleme motiviert. Und hier ist so was ganz Typisches, an eine gegebene Strecke, einem gegebenen Dreieck, gleiches Parallelogramm, in einem gegebenen Winkel anzulegen. Mann, 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 Mann. So schaut das in dem Buch aus, von diesem Falkland-Heini, beziehungsweise das normale Bild gibt es schon auch. Und man kann das so ein bisschen vereinfachen, wenn man aus dem Parallelogramm ein Rechteck macht, dann wird das Problem etwas einfacher. Da steht da einfach, ein Rechteck mit gegebener Länge A und gegebenem Flächeninhalt B zu konstruieren. Also Sie sagen, ich hätte gern ein Rechteck, die Länge A ist gegeben und ich weiß auch, was der Flächeninhalt ist. Für Sie ist das jetzt relativ leicht. Sie sagen, ja, A mal X gleich B, teile ich durch A, kommt X ist gleich B durch A raus. Aber so ist da halt nicht argumentiert worden, sondern mit der parabolischen Flächenanlegung. Warum ist nicht so argumentiert worden? Das ist vielleicht noch wichtig, weil dieses A mal X gleich B, das war für die eigentlich nur lösbar, in dem Sinne, dass B tatsächlich auch eine Fläche ist. Also B muss eigentlich irgendwie als Quadrat erkennbar werden oder als Multiplikation von zwei Zahlen. Sonst ist das eigentlich nicht akzeptabel, was hier oben steht. Weil hier vorne A mal X ist eine Multiplikation von zwei Größen und da muss das B quasi auch als Multiplikation von zwei Größen erkennbar werden, weil die Multiplikation von zwei Größen ist immer als Multiplikation von zwei Längen aufgefasst und die Multiplikation von zwei Längen ergibt eine Fläche und deswegen ist hier auch die Formulierung, ein Rechteck mit einer gegebenen A und gegebenen Flächeninhalt B zu konstruieren und das eben die Aufgabe ist dann, dieses passende X zu finden, wo Sie schon wissen, naja, das ist einfach B durch A. So, betrachten wir, steht hier den einfachen Fall, dass es sich um ein Rechteck handelt, so besteht die Aufgabe darin, ein Rechteck mit gegebener Länge A und gegebenen Flächeninhalt B zu konstruieren. So, und dann funktioniert das halt so, dass man sagt, so, man muss immer gucken, wo man anfängt, das steht hier irgendwie gar nicht, im Bild sind die beiden kleinen und die beiden großen weißen Dreiecke kongruent. So, wie entstehen die denn? Aha, ja, was ist denn hier gemacht? Also hier ist ein A und hier ist ein B, aber wie entsteht jetzt eigentlich die ganze Figur? Die ganze Figur entsteht doch wohl so, dass ich an das B im rechten Winkel eine 1 antrage. So, jetzt hat dieses, genau, jetzt hat dieses Rechteck hat jetzt den Flächeninhalt B mal 1, also die Fläche B und jetzt suche ich das X, das muss ich jetzt finden. Das X finde ich jetzt dadurch, dass ich hier diese Seite einfach verlängere und dann dieses äußere Rechteck zeichne. Und jetzt behaupte ich, diese Länge hier, dieses X, ist genau die gesuchte Länge, also dieses Rechteck hier hat jetzt als Flächeninhalt den Inhalt B. Das muss ich jetzt zeigen. Also angefangen ist, ich nehme einfach mal mein A als Länge hin, verlängere das A um die Länge B, dann entsteht hier dieses A mal B und jetzt zeichne ich von A ausgehend in einem rechten Winkel hoch eine Länge 1. So, und jetzt verlängere ich das hier sozusagen wieder bis zu dem Punkt, wo es da A ist und bis zu dem Punkt, wo es da B ist und zeichne das A als Rechteck. Und jetzt ist meine Behauptung, diese Länge hier, diese Restlänge, die dann entsteht, also das hier soll die Winkelhalbierende da natürlich jeweils sein, das ist noch wichtig. Man zeichnet ja quasi das Rechteck da so, so da durch. Ja, warum? Weil hier dieses Dreieck und dieses Dreieck sind konkurrent und dieses Dreieck und dieses Dreieck sind konkurrent, weil das da ja jeweils die Winkelhalbierende ist. Also die weißen Dreiecke sind jeweils flächengleich, konkurrent und flächengleich und das große Dreieck, was hier außenrum ist, ist natürlich auch flächengleich mit dem großen Dreieck, was da außen flächengleich ist. Also sind auch die beiden Differenzflächen flächengleich. Das ist die Argumentation. Also nochmal, Sie fangen an, Sie nehmen das A, Sie verlängern das A um B. So, jetzt gehen Sie 1 nach oben und dann zeichnen Sie außenrum ein Rechteck. Und die Länge, die dann unten da übrig bleibt, das ist genau die X-Länge. Genau, wie weit gehen Sie nach unten, das ist ja noch gar nicht klar. Das erzeugt man durch die Winkelhalbierende. Also ist eigentlich der Konstruktionsgang so. Ich fange mit dem A an, ich verlängere das ums B, ich gehe 1 nach oben, ich gehe hier 1 nach oben. So, jetzt habe ich hier schon mal alles. Die ganzen Längen sind auch bekannt. Jetzt habe ich aber erstmal eigentlich nur hier oben das Gedöns. Also hier unten habe ich noch nichts, ich habe nur hier oben das Rechteck. Und jetzt gehe ich halt hin und zeichne hier die Diagonale, verlängere die und dort, wo sich diese Diagonale mit der Verlängerung von der Seite trifft, da mache ich einen Punkt, gehe hier rüber und dann kannst du hier die Länge X ablesen. Also ist das tatsächlich konstruierbar. Das hatte ich am Anfang noch gar nicht nachgewiesen, wo da diese Länge herkommt. Das ist aber machbar. So, und hier ist genau dasselbe Argument geführt, nur ist das hier noch alles schief. Das ist ein Parallelogramm, da funktioniert das aber im Prinzip ganz gleich. So, mit Archimedes ist der Höhepunkt der antiken Mathematik erreicht, zumindest wenn man nach Herrn Bussing und der Alten geht. Der hat wirklich sehr viel gemacht, Astronomie, Hydrostatik, Mechanik, Technik, gilt als tiefgründig origineller Denker, schreiben Bussing und Alten, und als Begründer der mathematischen Physik, besonders beliebt bei Schülern, und gilt als deutlich weniger dogmatisch als Plato, hat also einen ganz pragmatischen Ansatz, welche Hilfsmittel zulässig sind. Als wichtige Einzelleistungen gelten die Winkeldreiteilung mit dem rutschenden Lineal, die schauen wir uns auch gleich noch an. Die ist auch, glaube ich, in zwei von drei Prüfungsterminen vorgekommen, kommt also dieses Jahr sicher nicht mehr vor. Nein, man scherzt, weiß ich nicht, könnte durchaus wieder vorkommen. Die Bestimmung der Kreisfläche, die Zurückführung des Kugelvolumens auf das Zylindervolumen, und die Quadratur eines bestimmten Parabelsegments, und die Grenzwerte von bestimmten geometrischen Reihen. Gut, machen wir vielleicht erst mal hier das rutschige Lineal. Die Konstruktion, ich hatte Ihnen letztes Mal erzählt, es gibt gewisse Probleme, die sind mit Zirkel und Lineal nicht lösbar. Wenn man sagt mit Zirkel und Lineal, dann meint Zirkel immer nur ein Instrument zum Zeichnen von Kreisen oder zum Abtragen von Abständen. Und auf einem Lineal ist eigentlich auch keine Skala drauf. Also das ist hier gerade nicht so ein Schülerlineal, wie das da gezeichnet ist, sondern das ist einfach nur ein Instrument, wo man zwei Punkte miteinander verbinden kann. Und hier wird jetzt das Lineal so ein bisschen, und damit kann man Winkel nicht in drei Teile teilen, allein mit diesen zwei Instrumenten. Aber mit diesem Trick, mit dem rutschenden Lineal. Also das rutschende Lineal führt halt dann nachher auf eine Beweisfigur, in der man dann nachweisen kann, dass das genau ein gedrittelter Winkel ist. Also dann die Konstruktion ist schon exakt, die hier passiert, aber sie benutzt eben ein Hilfsmittel, was nicht erlaubt ist, nämlich das Erste, was ich mal mache, ist, also ich sage einfach mal, ich nehme den Punkt A, ich zeichne mit einem bestimmten Radius um diesen Punkt A einen Kreis. So, jetzt trage ich den Winkel, den ich dritteln will, irgendwie ab an A an dieser Strecke und erhalte den Punkt B. Der liegt irgendwie auf dem Kreis. Gleichzeitig sagt der, leg das Lineal mal hier an das A dran und mal da so einen Fleck drauf, der genau die Länge angibt. Also es wird jetzt eine Markierung auf dem Lineal angebracht. Und ab jetzt ist das nicht mehr euklidisch, weil auf dem Lineal vom Euklid kann man nicht was draufmalen. Das Lineal vom Euklid ist einfach nur das Axiom, beliebige zwei Punkte der Ebene lassen sich miteinander verbinden. Das Lineal ist nicht irgendein Gerät, was man wohin legt und wo man was draufmalt. Das Lineal ist einfach nur die Aussage, zwei Punkte lassen sich miteinander verbinden. Oder wenn man so will, wäre das ein Lineal, wo man nicht draufschreiben kann und wo auch keine Skala drauf ist. Das ist sozusagen das Linealsinne von Euklid. Und hier wird aber gesagt, mal mal auf das Lineal das drauf. Jetzt verlängere hier dieses A beliebig und jetzt geht man hin und sagt, jetzt musst du das so machen, dass du das Lineal festhältst in diesem Punkt B und auf der Strecke schiebst du jetzt so, dass das Lineal da oben dran bleibt und unten hältst du das auch fest auf der Geraden und schiebst das jetzt immer weiter so bis an den Punkt dran. Da muss ich schieben. Du schiebst hier und hältst das aber oben brav fest, schiebst, 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 schiebst. Du schiebst das, bis das genau da zu liegen kommt. Und wenn du das genau da hinschiebst, sodass der Punkt C genau auf den Kreis landet, dann hast du den Winkel gedrittelt. Also die Behauptung ist jetzt, der Winkel hier unten ist genau ein Drittel von 75 Grad, also 25 Grad. Ja, heutiger Beweis mit GeoGebra steht ja da. Ist ein bisschen heikel, weil bei GeoGebra ja auch gerundet wird und so. Aber es sieht schon mal gut aus, könnte passen. Und jetzt wäre die Übungsaufgabe für Sie. Das können wir jetzt vielleicht auch mal machen. In dieser Figur landet man dann. Da ist noch ein Hilfswinkel eingezeichnet. Wenn Sie sehen, hier ist der Kreisradius blau. Und wenn ich jetzt das schaffe, das hier hinzuschieben, dann ist ja hier auch wieder der Kreisradius. Sehen Sie das? Also hier oben von A bis C muss ja auch wieder der Kreisradius sein. So, und dadurch weiß man dann, das hatten wir letztes Mal schon, den berühmten Satz, in gleichschenklichen Dreiecken stimmen die Basiswinkel überein. Also ist hier zweimal Beta. Und hier oben ist das auch so. Hier oben ist ja auch wieder der Kreisradius. Und AB ist ja auch der Kreisradius. Das habe ich Ihnen ja auch schon herangeschrieben. Die beiden sind auch schon Kreisradien. Also ist auch dieser Winkel Gamma gleich dem Winkel Gamma. So, und während ich mir ein Getränk hole, überlegen Sie mal, wie man zeigen kann, dass deswegen Beta ein Drittel von Alpha ist. Mein Tipp, das hat was mit diesem nicht benannten Winkel in der Mitte zu tun. Darüber muss man sich was überlegen. Oder mit den zwei noch nicht benannten Winkeln zu tun, kann man zeigen, dass Alpha genau das Dreifache von Beta ist oder Beta genau ein Drittel von Alpha. Alpha, gut. Also bei mir ist jetzt eine Sache nicht richtig in dem Bild. Der Punkt C hier sollte natürlich auf der Kreislinie liegen. Habe ich jetzt nicht schön gezeichnet. Die Kadons-Methode ist ja, den Punkt einfach möglichst dick zu malen. Denken Sie sich den Punkt auf der Kreislinie. Gut. Ist für unser Argument aber wurscht. Wichtig ist diese Länge hier, diese Länge hier, diese Länge hier, diese Länge hier. Da ist überall der Radius. Und hier oben ist auch der Radius. Hm? Moment. Na, da ist nicht der Radius. Wir gucken uns jetzt mal diesen Winkel an. Ich nenne den mal A. A ist dieser Winkel hier. Es gilt, A sollte ich den vielleicht nicht nennen. Nennen wir den mal X. Ich nenne den hier mal X. X plus 2 mal Beta ist gleich 180 Grad. Ja, sieht aus wie ein Y soll ein X sein. Das hier sind Gammas. Ja. Da müsste es nicht Gammas denken. Hier ist jetzt ein X. X plus 2 mal Beta ist gleich 180 Grad. So, jetzt muss ich gerade selber überlegen, wie es weitergeht. Den hier brauchen wir auch noch. Nennen wir den aber nicht Y. Nennen wir den Z. Z gilt jetzt auf jeden Fall. Z plus Beta plus Alpha ist gleich 180 Grad. Hier, ne? Und, was haben wir noch? Was haben wir noch? Also Z plus 2 Gamma ist gleich 180 Grad. Gilt auch noch. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich einfach was addieren und so, ne? Was können wir denn mal machen? Ja, X plus Gamma. Ja, weil die hier nebeneinander liegen, ne? Das ist auch nett. X plus Gamma ist gleich 180 Grad. So. Alles ist 180 Grad. So, jetzt können wir ja beliebige Sachen davon gleichsetzen. So, was wollen wir? Jetzt müssen wir noch mal überlegen, was wir eigentlich wollen. Wir wollten, was super wäre, wenn hier innen drin, der Alpha soll dreimal so groß sein wie der Beta. Ja, das wäre ja dann gut, wenn der Alpha dreimal so groß ist wie der Beta. Dann müsste der Z, damit das hinhaut, zwei Beta sein. Das wäre nicht schlecht. Weil dann hätten wir hier drei Beta plus den Alpha und die wären dann zusammen wieder 180 Grad. Wenn man sich das vorher nicht anguckt. Schauen wir mal. Wir könnten ja mal, das X wollen wir ja eher nicht so gerne haben. Aber hier hätten wir Beta, Gamma und das Dings X in einer Gleichung. Und hier unten hätten wir auch das. Hier könnt ihr ja jetzt schreiben, Gamma ist gleich 180, äh, X ist gleich 180 minus Gamma. Und damit würde ich Gamma und Beta in dieselbe Gleichung bringen. Das will ich aber nicht. Ich will ja Alpha und Beta in dieselbe Gleichung bringen. Ja, wir können das Z irgendwie noch wegkriegen. Jetzt könnte ich hier das X durch das Gamma ausdrücken. Ja, können wir mal machen. Dann steht da eben 180 plus 2 Beta ist gleich 180, steht da jetzt. So. Ich habe jetzt das X durch das 180 minus Gamma ausgedrückt. Okay, das ist vielleicht ein bisschen umständlich. Da kann ich auch schreiben, 2 Beta ist gleich Gamma. 2 Beta ist gleich Gamma. Das könnte mir ja jetzt helfen. Ja, genau. Jetzt könnte ich das Z ausdrücken. Also kann ich sagen, Z ist ja gleich 180 minus 2 Gamma. Also kann ich sagen, irgendwie glaube ich, dass das aber auch noch leichter geht. So, jetzt mache ich mal hier weiter. Damit man noch weiß, wo wir hergekommen sind. Z ist also gleich 180 minus 2 Gamma. Das wollten wir jetzt wahrscheinlich hier benennen. Sicher, dass das hier... Moment, sie bringen mich ja ganz durcheinander. Diese Gleichung soll ich benutzen. Ja. Ja, 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 das ist clever. Ja. Z ist gleich, genau. 180 minus 4 Beta. So, und das setze ich jetzt in diese hier rein. So, das ist die hier, die hier rüber redet. Ja, Mann, Mann, Mann. So, also 180 minus 4 Beta plus Beta plus Alpha ist gleich 180. So, also die 180 kann ich mir schenken. Also steht hier minus 3 Beta plus Alpha ist gleich 0. Also Alpha ist gleich 3 mal Beta. Yay! So, hat ja dann noch mit einer Menge Teamwork noch geklappt. Die Kreismessung von dem Archimedes hat zwei Teile. Einen Teil, den man eigentlich aus der Schule kennt, den ich jetzt auch gar nicht beweise. Beziehungsweise indirekt beweise ich die Formel, allerdings für Winkel und nicht für Längen in dem Online-Video. Das kennen Sie ja wahrscheinlich, man fängt da an mit ein Viereck, da macht man ein Achteck rein, da macht man ein Sechzehneck, dann ein Zweiunddreißig-Eck und damit nähert man den Kreisumfang. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, zwei bekannte Sätze miteinander zu verbinden, nämlich die erste ist ja diese hier, das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser in verschiedenen Kreisen ist immer gleich. Das ist die eine Aussage, die steht hier. Und das Verhältnis von Kreisfläche zu Durchmesser Quadrat ist immer gleich. Und jetzt ist ein Beweis, der auch noch in der Kreismessung drin ist, ist, das ist bei beiden derselbe Proportionalitätsfaktor. Also es ist nicht so, dass bei dem einen rauskommt 3,141 und bei dem anderen kommt raus 3,142. Das ist auch tatsächlich derselbe. Also es gibt eine Kreiszahl Pi, die für beide Verhältnisse stimmt. Das hätte ja gar nicht unbedingt so sein müssen. Es hätte ja sein können, Kreis ist zwar in allen Kreisen, ist Umfang zu Durchmesser das selbe Verhältnis und Fläche zu Durchmesser Quadrat ist dasselbe Verhältnis, aber das ist nicht beides dasselbe Verhältnis, wo ein anderes rauskommen können. Und das ist aber jetzt bei Archimedes der Beweis, dass das dasselbe Verhältnis sein muss. Den Beweis gucken wir uns jetzt an. Dieselbe Zahl sind es, ja, wäre nicht schlecht. Sie haben schon recht. Oder es muss unten einfach Radius Quadrat stehen, dann wird es besser. Naja, das haut so nicht hin. C ist sonst ein Viertel von D. Letztes Jahr hat es keiner gemerkt. Gut, das soll jetzt hier bewiesen werden. Und das funktioniert so, dass gesagt wird, dass ein Hilfsatz benötigt wird. Ein sehr einfacher Hilfsatz, die Fläche eines jeden regulären N-Ecks, reguläres N-Eck ist, alle Winkel sind gleich groß und alle Seiten sind gleich lang. Das nennen wir ein reguläres Viereck. Und der Umfang ist immer ein halbmal die Höhe. Die Höhe soll sein, dass man eben von einer Seite auf den Schnittpunkt der Diagonalen, den man auch Mittelpunkt dann nennen kann bei diesen regelmäßigen N-Ecken, dass das die Fläche ist. Ein halbmal die Höhe, mal der Umfang. Warum ist das so? Das ist einfach deswegen so, weil man das ja in Teil-Dreiecke zerlegen kann. Das steht unten. Die immer als Flächeninhalt haben, die Hälfte Grundseite mal Höhe. Die Grundseite ist immer eine dieser Seiten. Und die Höhe ist halt hier dieses auf den Nullpunkt. So, jetzt hat dieses hier ein halbmal. Und das geht dann so weiter. Und man hat das Ganze eben so oft, wie man Seiten hat. Also steht hier eigentlich n mal ein halbmal h mal so eine Seite b. Und n mal b, also wenn ich n mal b da stehen habe, dann ist das ja einfach der Umfang von dem Ding. Und deswegen steht da, gilt ein halbmal h mal Umfang ist die Fläche eines regulären N-Ecks. Das braucht man an irgendeiner Stelle. Und jetzt kommt dieses, was so logisch so etwas finkelig ist, die doppelte Reduktio ad absurdum. Was ist überhaupt der Satz, den man zeigt? Die Fläche eines jeden Kreises entspricht einem rechtwinkligen Dreieck, bei dem eine der Seiten um den rechten Winkel gleich dem Radius und die andere gleich dem Umfang des Kreises ist. So, und wenn das so wäre, dann bestände ein Zusammenhang zwischen Umfang und Fläche des Kreises. Und damit könnte man dann sagen, die haben dieselbe Proportionalitätszahl. Was man hier natürlich, wo man hier gemogelt hat, ist sozusagen, wo kommt denn jetzt auf einmal dieses Dreieck her? Also wie kriegen Sie da überhaupt die Länge c raus, dass Sie das Dreieck konstruieren können? Ja, gar nicht. Das geht nicht. Mit Zirkel und Lineal kriegen Sie das nicht hin. Sie können den, aber Sie könnten ja zum Beispiel sagen, ich lege so einen Faden rund um den Kreis und dann rolle ich den ab, messe, wie lang der ist und jetzt male ich ein Dreieck. Das hat als eine Seite den Radius und als andere hat das den Umfang und die Fläche von diesem Dreieck ist genau dieselbe Fläche wie die Kreisfläche. Und deswegen gibt es einen Zusammenhang zwischen der Umfangsformel, der Kreiszahl, wenn ich die weiß, habe ich dann auch die passende Proportionalitätszahl für die Kreisfläche. So, und das will man jetzt beweisen. Und doppelte Abductio Absurdum heißt jetzt, dass man zeigt, zwei Annahmen führen zum Widerspruch, nämlich einerseits die Annahme, das Dreieck hat eine kleinere Fläche als der Kreis, das führt man zum Widerspruch und man führt zum Widerspruch die Aussage, das Dreieck hat eine größere Fläche als der Kreis. Ja, und dann sagt man, also wenn es weder kleiner noch größer ist, dann muss es gleich sein. Das ist so ganz, ganz was Typisches. So haben die das gerne gemacht. Wir werden später sehen, in der indischen Mathematik gibt es keine indirekten Beweise. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied zwischen euklidischer Mathematik und dann der europäischen und dem, was die Inder gemacht haben. Die haben das nicht gemacht. Also denen konnte man nicht sagen, wenn das eine nicht gilt und das andere nicht gilt, dann muss das dritte irgendwie gelten. Das ist da als Argument nicht da. Sind dann aber trotzdem relativ weit damit gekommen. So, also hier nimmt man so an, angenommen die Kreisfläche A soll jetzt mal ein Stück größer sein. Also der Kreis ist ein bisschen größer als diese Dreiecksfläche, die entsteht, wenn man bei dem Dreieck als eine Seitenlänge den Umfang nimmt. So, das heißt also, wenn ich jetzt von der Kreisfläche die Fläche des Dreiecks, warum da steht da A und T und C, weil es ist halt englisches Buch, Area, T soll Triangle heißen und C Circumference, so kommen die Buchstaben da zustande. Also der Unterschied ist dann größer als Null, der Unterschied zwischen Kreisfläche und Dreiecksfläche. So, jetzt wusste der Archimedes aber auch noch, jedem Kreis kann man ein regelmäßiges N-Eck einbeschreiben und zwar beliebig dessen Fläche der Kreisfläche beliebig nahe kommt. Also ich kann, wenn du mir sagst, ich möchte eins haben, was sich nur um einen Millimeter unterscheidet, dann kann ich dir das passende N-Eck nennen. Also der sagt, ich finde immer ein einbeschriebenes N-Eck, dass der Kreisfläche beliebig nahe kommt. Also wo dieser Unterschied, Polygon zu Kreisfläche beliebig klein wird. So, jetzt sagt er, aha, und ich habe ja jetzt rausgekriegt, die Fläche von dem Dreieck ist ein Stück kleiner. Jetzt weiß ich aber, ich finde ein Polygon, zum Beispiel das hier, was da gemalt ist, wo der Unterschied weniger ist. Also da ist A-P kleiner als A-T. So, also sowas sagt er, finde ich. Wenn du mir sagst, das Dreieck, was da oben gegeben ist, das weicht um 10% von der Kreisfläche ab, dann kann ich dir ein N-Eck nennen, nämlich das 512-Eck, bei dem ist das schon weniger. So, und jetzt addiere ich da so ein bisschen rum, dann merke ich, aha, in dem Fall ist dann die Fläche von dem Dreieck kleiner als die Fläche von dem Polygon, was ich da reingezeichnet habe. So, jetzt beweise ich, dass das nicht sein kann. Ich beweise jetzt, nein, das kann nicht sein. Wenn das Dreieck als eine Seite den Umfang hat, dann kann das nicht sein, dass die Dreiecksfläche kleiner ist als die Fläche von deinem Polygon. Die ist auf jeden Fall nicht kleiner. Die ist größer oder gleich. So, wie funktioniert das? Ja, für ein N-Eck gilt sicher nach dem Satz, den wir vorhin gehört haben, dass dieses H hier, dieses H, das ist sicherlich immer kleiner als der Radius, weil der Radius geht ja ganz bis an den Rand ran und das H, das geht ja immer nur hier bis zu dieser Sehne. Das ist das eine. Und es ist sicherlich so, dass der Umfang von so einem Polygon, das man zeichnet, kleiner ist als der Umfang von dem Kreis. Das ist auch sehr leicht einzusehen, weil hier oben, das sehe ich, das ja immer noch so rumwölbt. Das ist eigentlich egal, welches N-Eck das ist. So, dann sagt er, aha, jetzt weiß ich aber, das war ja mein Satz vorhin, die Fläche von dem Polygon ist ein Halbmal Höhe mal der Umfang von dem Polygon. Ja, das heißt aber, dass das ist ein Halbmal, das ist dann aber kleiner als ein Halbmal Radius, mal der Umfang von dem Kreis, weil der Radius ist größer, es ist sozusagen kleiner als, der Radius ist größer als die Höhe, ja, das habe ich vergrößert, und der Umfang von dem Kreis ist auch größer. Also gilt, ein Halbmal H mal UP ist kleiner als ein Halbmal R mal UK. Ja, aber ein Halbmal R mal UK ist ja genau die Fläche von dem Dreieck hier oben, weil dieses UK, was ich da hingeschrieben habe, das ist genau hier dieses C, die Circumference, der Umfang. So, also steht hier, P ist gleich und dann kommt ein kleiner und dann ist gleich ein T, also insgesamt, die Fläche von dem Polygon ist kleiner als die von dem Dreieck. Aber oben hatte ich ja angenommen, die Fläche von dem Dreieck sollte kleiner sein als die von dem Polygon. Also habe ich einen Widerspruch. So, damit ist jetzt mal gezeigt, das kann nicht sein. Die Kreisfläche kann nicht größer sein als die Fläche von dem Dreieck, ist jetzt gezeigt durch Widerspruchsbeweis, weil dann müsste man immer ein einbeschriebenes Polygon finden, wo die Fläche noch größer ist als die von dem Dreieck und dann kann man durch Widerspruch zeigen, nein, das kann nicht sein, die muss kleiner sein als die Fläche von dem Dreieck. Und genauso geht das umgekehrt auch, nur geht das dann von außen. Da muss ich das Polygon sozusagen außen rumzeichnen und dann habe ich die ganze Argumentation mit umgekehrten Vorzeichen. Jetzt nehme ich an, die Kreisfläche wäre kleiner als die Fläche von dem Dreieck. Dann sage ich, dann finde ich aber immer noch ein Polygon, was sozusagen näher an der Kreisfläche dran ist, weil ich kann das ja beliebig annähern. Und dann kommt wieder derselbe Widerspruchsbeweis, nur quasi jetzt mit vertauschten Vorzeichen. Also kann man weder annehmen, dass die Kreisfläche kleiner ist, noch kann man annehmen, dass die Kreisfläche größer ist. Genau dieselbe Argumentation findet sich dann bei der Quadratur der Parabel. Die liegen ganz gut in der Zeit. Die Kegelschnitte werden ein bisschen eng, aber da tritt sie herkade uns immer schon so mit, dann ist das nicht ganz so tragisch. Wie das funktioniert ist, man berechnet natürlich nicht die Fläche unter einer Gesamtparabel, sondern unter einem Parabelsegment. Sie könnten sich zum Beispiel vorstellen, hier werden immer die Längen 1, dann ist es besonders einfach. Kc ist 1, c1 ist 1, i1 ist 1, k a ist 1 und hier drin ist so die ganz normale Normalparabel, die ja durch 1 und 1 auch laufen würde. Und jetzt gibt er wieder ein Verfahren an, wo der sagt, wenn ich hier ein Dreieck hereinzeichne und ich bestimme genau den Mittelpunkt des Dreiecks und dann gehe ich normal nach oben, dann kann man zeigen, aufgrund der Eigenschaften, die diese Parabel als Kurve hat, dass dieses Dreieck, was hier oben drüber errichtet wird, also dieses Dreieck plus dieses Dreieck hier, die zwei Dreiecke, die oben über den Seiten, a, c und c, b liegen, dass die nur ein Viertel der Fläche von diesem inneren Dreieck haben. Und zwar, dass das immer so ist. Also wenn ich jetzt hier hingehen würde und würde von h, c wieder den Mittelpunkt nehmen, würde jetzt hier oben wieder hochgehen und würde da wieder das Dreieck einzeichnen, dann kann man wieder zeigen, dass genau von dem Dreieck, das da drin ist, dass wieder genau ein Viertel der Fläche, also das Dreieck, zusammen mit dem, dann wieder ein Viertel der Fläche ist von dem Inneren. Also dass da immer Viertel hinzukommen. Und dann weiß man auch, aha, da kommt immer weniger als die Hälfte, das heißt, das konvergiert dann auch tatsächlich gegen die Fläche von dem Dings, das kommt dem immer näher, weil was hier übrig bleibt, ist dann immer weniger als die Hälfte. So, also ist die Polygonfläche gleich a von diesem Dreieck plus ein Viertel von diesem Dreieck und dann kommt wieder ein Viertel dazu und dann kommt wieder ein Viertel dazu, kommt wieder ein Viertel dazu. Also es ist immer so, dass, also ich habe es gerade nicht ganz richtig gesagt, wenn Sie immer diese ganzen Dreiecke nehmen, jetzt hier oben drüber die Dreiecke, die haben dann wieder, das ist dann wieder ein Viertel und so weiter. Also hier liegt ein Viertel, da liegt ein Viertel, da liegt ein Viertel, also ist das ein Viertel mal ein Viertel von der A mal ABC Fläche. Da entsteht eine geometrische Reihe und jetzt ist die Frage, wie findet der eigentlich den Grenzwert von dieser geometrischen Reihe? Das ist auch noch ganz interessant, das ist natürlich auch wieder so sehr tricky gemacht, wie der Grenzwert von der geometrischen Reihe gefunden wird. Klar, da könnte sich einfach ein Viertel hier ausklammern und so, dann sieht man ein Viertel hoch, jetzt ist bloß ein Viertel hoch zwei und Sie wissen jetzt schon, wenn Sie eins durch Q nehmen, dann ist das ja einfach, wie war die Formel da nochmal? Egal, steht ja auf der nächsten Seite, kommt auf jeden Fall vier Drittel raus. So, aber wir schauen uns mal an, wie er das gemacht hat. Der macht das nämlich ganz clever, der sagt, ich nehme mal nicht die unendliche Reihe, sondern ich nehme mal einen endlichen Ausschnitt. Ich sage, bilden A, B, C, D, E, Punkt, 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 X, eine endliche geometrische Reihe mit dem Quotienten ein Viertel. Also, A, B, A ist das erste Folgenglied, B ist das zweite Folgenglied, B ist genau ein Viertel von A, C ist genau ein Viertel von B, D ist genau ein Viertel von A. Dann ist die Summe vermehrt um ein Drittel des letzten Gliedes gleich vier Drittel des ersten Gliedes. Das ist jetzt der Satz, den er beweist. Natürlich schreibt er nicht geometrische Reihe und Glied und so, das ist jetzt quasi schon modernisiert. So, diesen Satz beweist er jetzt, um nachher herauszukriegen, was eigentlich die geometrische Reihensumme ist. So, jetzt sagt er, also ich nehme mal, ich nehme jetzt also B und gebe B noch ein Drittel dazu, dann kommt dabei vier B Drittel raus. So, vier B Drittel, da B genau ein Viertel von A ist, ist vier mal B ja dann A, also ist das gleich A Drittel. Können wir auch nochmal andersrum rechnen, A ist gleich vier mal B, also ist A Drittel gleich vier mal B Drittel, oder auch gleich B plus B Drittel. Und das geht in jeder Zeile, bis zur Zeile X. Kann ich immer so schreiben, also weil das B hier ist, ist das Vierfache von dem C, dann kann ich das also als vier C Drittel schreiben, also als C plus C Drittel. Und jetzt geht es weiter, jetzt wird alles aufsummiert, links und rechts, und so ein bisschen sortiert. Jetzt hat man links ja stehen, B plus C plus D plus plus X und dann noch die ganzen Drittel. B Drittel, C Drittel, D Drittel, E Drittel, und auf der anderen Seite hat man einfach stehen, A Drittel plus B Drittel plus C Drittel, C Drittel, also A plus B plus C plus E plus X, bis auf das X, das X nicht mehr, das letzte Glied natürlich nicht, E Drittel, da ist Feierabend, jetzt sagt der Subtra hier mal auf beiden Seiten B plus C plus E plus Drittel, dann bleibt auf der einen Seite noch stehen A plus B plus C plus E plus X und das X Drittel und auf der anderen Seite bleibt stehen vier A Drittel, wenn ich noch ein A auf beiden Seiten dazu addiere. Also eigentlich erst steht hier, wenn Sie das einfach nur subtrahieren, steht hier B plus C plus E plus plus X Drittel und auf der anderen Seite steht das A Drittel, das bleibt übrig, weil B plus C plus E Drittel habe ich ja abgezogen und jetzt addiere ich auf beiden Seiten noch ein A, dann steht hier A plus B plus C plus Punkt 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 plus E plus X plus X Drittel ist gleich vier A Drittel. Für jede endliche Reihe, die man findet, ist also das Ergebnis noch um das letzte Glied geteilt durch drei kleiner als vier mal A durch drei. Also wenn Sie sagen, Sie machen die Reihe nur bis tausend, dann fehlen Ihnen noch genau nicht tausend Drittel, so dürft ihr es jetzt nicht denken, weil das erste Glied ist, das wird ja immer ein Viertel davon, also kann ich Ihnen das nicht sagen, aber es ist immer um, also wenn Sie jetzt sagen, doch, ich kann Ihnen sagen, was das ist, wenn Sie gehen bis tausend, dann hätten Sie ja da stehen, das erste Glied ist ein Viertel, das tausendste Glied ist eins durch vier hoch tausend. Eins durch vier hoch tausend, mal ein Drittel würde Ihnen dann noch fehlen an vier mal eins durch drei ist vier Drittel. Also das erste Glied ist eigentlich vier hoch null unten, also steht beim letzten Glied bei X nur eins durch vier hoch neunhundert neunneunzig, wenn man sehr streng ist. So muss man es eigentlich sagen. Das fehlt immer noch. Und jetzt macht er wieder eine doppelte Reduktion ab Absurdum und sagt, aha, das heißt jetzt, wenn die Reihe nicht endlich ist, also dass ich das nicht bis tausend mache, sondern ich mache das beliebig lange, dann werde ich beliebig nah an dieses 4a3 rankommen. Also es gibt dann immer eine endliche Summe, die dem näher kommt. Und es kann weder sein, dass diese Summe, die da steht, die endliche Summe, kleiner bleiben muss als das 4a3, noch kann das sein, dass die das übertrifft an irgendeinem Punkt. Und damit ist gezeigt, wenn die Reihe beliebig lang gemacht werden kann, dann muss sie den Wert vier mal a Drittel annehmen. Und wenn Sie nachgucken, wenn Sie jetzt wirklich sagen, Sie haben unter der Parabel mit eins geguckt, dann kommt da auch genau vier Drittel raus. Also eins plus ein Viertel plus und so weiter. Und da haben Sie ja auch mal wahrscheinlich irgendwie so eine Q, wie ist nochmal die Formel, wie so eins minus Q durch irgendwas, für die geometrische Reihe. Ich weiß sie auch nie auswendig. Das ist die genau. Und die ist hier im Prinzip mit bewiesen. Das müsste man ja nicht unbedingt mit einem Drittel machen. Das könnten Sie ja mit einer beliebigen Zahl unter dem Nenner machen. Dann steht hier halt nicht x Drittel, sondern steht x durch die Zahl, die Sie sich da ausgedacht haben. Wobei das, wenn Sie hier Viertel nehmen, steht hier ja nicht die Vier, sondern steht die Drei. Also da muss man noch ein bisschen überlegen, was die passende Zahl ist. Das ist halt dieses Q minus Eins dann. Gut, fünf Minuten darf ich noch machen. Dann kann ich ja noch zumindest erwähnen, wer Apollonius von Perge war. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, gesagt, Apollonius verhält sich zu Archimedes wie Salieri zu Mozart. Das ist also so der Größte. Der steht immer so ein bisschen im Schatten vom Archimedes und kommt nicht so richtig voran. Hat halt diese Chronika geschrieben, achtbändiges Werk über Kegelschnittslehre. Dort ist zum ersten Mal die Idee, dass alle die Sachen, die wir heute Kegelschnitte nennen, also Ellipse, Hyperbel, Parabel, als Schnitt durch so einen Doppelkegel gedacht sind. Das ist quasi neu. Man sieht den hier auch noch. Da sieht man so ein Buch aus so einer arabischen Übersetzung. Es ist auch hier so, dass uns nur wenig davon griechisch enthalten ist. Ein paar Sachen gibt es halt nur auf Latein. Und ein Buch ist quasi komplett verschollen. Kommt ohne Formelsprache und ohne Koordinaten aus, ist anscheinend sehr schwer zu verstehen. Enthält aber das vollständige elementargeometrische Wissen über Kegelschnitten, Achsen, Asymptoten, Mittelpunkte, Brennpunkte, Pole, polare Tagenten, alles mit dabei. So, und die berühmten Namen, Ellipse, Hyperbel, Parabel, die kommen durch Flächenanlegungen. Das schaffen wir heute sicherlich nicht mehr. Und auch das andere nicht. Das hättet sich jetzt aber auch nicht so durch. Das schiebe ich dann. Das kommt dann halt noch kurz vor den Chinesen, die dann, ja doch, nächste Woche haben wir, glaube ich, Vorlesungen. Also nächste Woche sollte es die Chinesen geben. Zu Hause können sie sich jetzt noch die Spätzeit angucken. Ihnen fehlen halt die Kegelschnitte. Das ist aber nicht wirklich ein Problem. Und man kann das Video ja auch einfach irgendwann später angucken. Nächste Woche machen wir dann die Chinesen. Dann ist eine Woche Pause wieder. Am 28. ist nicht. Und danach müsste es dann in der Araber und nochmal wieder ein Video geben. Ich glaube auch, ich möchte ein Video weniger als angekündigt, weil die Videos beide 60 Minuten lang sind und ich eigentlich gesagt habe, die sind kürzer. Und das ist dann auch für mich weniger Arbeit. Dann kann ich mir noch überlegen, ob ich bei den Arabern und so ein Video brauche oder bei den Europäern. Aber dann habe ich da etwas weniger Arbeit mit. Aber nächstes Mal gibt es dann noch die Aufklärung zu den Kegelschnitten und dann geht es weiter mit den Chinesen. Bis zum nächsten Mal.